Alter! Ach er will noch weiter rutsch. Oh mein goodness, alles gut? Oh mein Gott! Moin Freunde, wir sind gerade unterwegs zum Hometrail und heute das ganze mal mit Klicks werden wir mal austesten heute. Mein erstes mal auf Klickpedalen. Ja, mal schauen was wird. Kleats haben wir noch keine dran, die montieren wir gleich erstmal noch und dann geht's ab, würde ich sagen. Let's go! So nachdem der Dude jetzt endlich angekommen ist mit meinen schönen Kleats. So, ich will jetzt erstmal ein bisschen hier einklicken, gepraktysed. Eins und zwei und dann wieder raus und raus. Dann wieder rein. Drin. So, dann wieder raus klicken, dann wieder einklicken, dann wieder ausklicken, dann wieder... Aber, jetzt kann ich wieder nicht rein. Digga! Hallo! Wo sind wir denn? Hey! Jetzt! Ja, muss man erst mal üben, hier das ein- und ausklicken. So, zack! So, eins, zwei... So, eins, zwei... So, ein Klick und dann... Oh! Digga! Einmal gesprungen, Alter! Das kann nicht sein! Ich bin ein Hopp! Junge, ich bin aber beim Umfall noch ausgeklickt, ne? Beim Umfall einfach noch ausgeklickt! Aber, trotzdem ein Ticken zu spät! So, zack! Eins und zwei... Oh, Junge, im Stand! Ach, wie geht's jetzt maximal leichter, einzuklicken wie ein Baum! Huh! So, probieren wir gleich mal die erste Abfahrt hier ein bisschen. So! Klick eins! Und... Klick! Hallo! Jetzt, Klick zwei! So, Abfahrt! Erste Trail mit Klicks, Junge! Wuh! Steinfeld! Junge! Alter! Digga! Was war das für ein Case, Junge! Digga! Geht's dir gut oder so? Was? Digga, geht's dir gut? Was war das? Bro, du springst einfach komplett auf die Kante! Ich war einfach hinten dran! Ja, okay, egal, komm! Ja, geil! Erstmal... Erste Abfahrt mit Klicks, erstmal neuen Sprung auch direkt, auch nicht schlecht! Wenn du einen Speed haben, dann ist geil hier! Ja, Speed! Erstmal muss ich einklicken jetzt! Und jetzt geht's ab hier! Wuh! Erstmal mit Klickis! Oh mein Gott, es ist rutschig! Hä? Jetzt bin ich drin! Ich bin drin in die Klickis! Und wo willst du? Ich komm nicht in Klick rein! Jetzt! Junge Bursch! Bursch! Digga! Schon ein Cleaner, aber da waren ein paar Büsche dort! Ich hätte weiter nach rechts springen sollen! Ja! Scheiß auf die Büsche! Ready! Warte, warte, warte! 3... 2... 1... Go! Digga, das ist so krank! Dieser Typ zieht so da vorne! Bro, wie kannst du hier hochschalten? Jetzt machen wir mal den Move, den du halt mit Klicks geiler machen kannst! Runterschalten! Ja, das ist echt super! Das ist halt geil! Von wo fahren wir? Ach, er will noch weiter runter! Digga, ich wollte nicht einklicken! Ich wollte nicht einklicken, Mann! Ich glaube, du brauchst andere Clicks! Es hat von alleine eingeklickt! Ich wollte nicht einklicken! Jetzt müssen wir irgendwann probieren, rauszukommen! So! Digga! Das war jetzt nicht meine Mission, hier einzuklicken! Ich hab nur mein Fuß draufgestellt! So! Wir machen jetzt erst wieder einklicken, wenn beide drin sind, wieder los! Ab dem Baum, wenn wir eingeklickt sind! So! Dann machen wir wieder! Lass uns mal reinklicken! Ist es drin? Nein, nein! Okay, ready! Jetzt 3, 2, 1! Digga! 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 Hey, set, go! Scary! Hey! Nicht umfallen! Damn! Eingeklickt! Und los geht's! Inside, outside, über das Holz ein bisschen gerutscht. Oh, dicker! Ich krieg den Speed nicht, alter! Junge! So scary! Wait a minute! Wait a minute! Wait a minute! Woo! Woo! Trappin! Wow! Wow! Das erste Mal clean, das Ding, alter! Das war besser, aber ich fahr' diese scheiß Hilfzahl! Geil! Der war echt okay! Ich hab' gesagt, das nächste Mal hat er klickst, aber ich weiß es nicht. Wenn er auf Netz kommt, dann verschießt ihn auch. So, das wird reingekattet. So. Ready! Nee! Jetzt ein klick. Puh! Sand it! Oh mein... ...Gündnis! Nee! Nee, dicker! Vergiss es! Alter! Komplett in der... ...über den... ...Scheiß Stamm gerutscht, wie behindert! Oh mein Gott! Ich seh' nicht! Ich seh' nicht! Och dicker Mann! Warte! Klick eins! Klick zwei! Ready! Warte! Wo fährt er jetzt rum? Reingeschissen! Och dicker! Wortwörtlich! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! So, eingeklickt Zimmer! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 3! 4! 4! 4! 4! 5! 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 6! 6! 6! So Leute! Ein erfolgreicher Tag auf Klicks geht zu Ende! Sehr clean! Es fängt an zu nachten! Zu nachten! Der MPP Rosebiker kommt bei jedem Versuch rein! Wie ihr sehen könnt, nachtet es! Und die Lampe leuchtet uns den Weg! Ja! Und das heißt! Das war's mit der Session für heute! Tschüss! So! Noch ein paar Wheelies auf Klickies zünden! Digga, schon scary! Hey, du hell auf Klickies! Ja! Die Wach! 逆unden! So! Wooh! Wooh! dass es nicht mehr so schlimm ist.